Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Drule Performance mit dem Rage RTX 4090 i7 für 4830 Euro. So wie immer kurz vorweg, das wurde mir im Discord vorgeschlagen im Video-Vorschläge-Kanal von McHart.de. Bin zufällig drauf gestoßen und der Preis hat mich dann doch umgehauen. Würde mich freuen, wenn das Ding kommentiert wird. Jo, passiert jetzt. Hier auch nochmal der Hinweis, wir haben bei uns im Discord ein Ticketsystem, wenn ihr euch irgendwie eine Geistersliste zusammenstellen lassen wollt oder irgendwo ein PC zusammenstellen lassen wollt, sei es Dubaro, Agando, Krotus, ist uns völlig egal. Dann geht hier ruhig in das Ticketsystem rein, da könnt ihr ein Ticket ziehen, dann werden euch Fragen gestellt, was ihr so braucht, beziehungsweise wollt ihr RGB haben, braucht ihr WLAN, welche Spiele werden gespielt und so weiter. Und unsere Jungs machen euch dann kostenfrei einfach eine Liste. Kommen wir aber wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist ja nicht so richtig fake. Also da sind schon einige Sachen drin, die stimmen, aber auch einige, die nicht stimmen. Man sieht hier unter anderem eine Strix-Grafikkarte. Ich habe mit dem Support eben geschrieben, die haben so ein Live-Chat-Funktionen-Dingen da auf ihrer Website und die sagten, da kann alles drin landen, was die Grafikkarte angeht. Das Bild soll nur so als Illustration dienen. Ja, okay, aber ich finde es immer besser, wenn halt nur das Gehäuse gezeigt wird oder wirklich eins zu eins der PC, der hier auch verbaut wird. Das ist jetzt nicht übertrieben Fake. Da ist jetzt nicht zu viel Bling-Bling oder so drin, aber naja, das ein oder andere stimmt halt nicht. Kommen wir auch direkt zur Grafikkarte. Damit startet das Ganze hier. Das ist eine RTX 4090. Ich nehme jetzt in dem Fall die Manli. Wie gesagt, ich habe denen geschrieben. Die sagten, da kann alles rein. MSI, Pilot, Asus. Man kann sich das wohl im Konfigurator auch festschreiben lassen. Dann wird die ganze Nummer aber wieder teurer. Wir nehmen jetzt einfach das günstigste Modell. Da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Die 4090 ist im Moment das Top-Modell von Nvidia. Was Höheres geht einfach nicht. Selbst AMD kommt da nicht dran. Das ist eine Top-Grafikkarte für WQHD oder gerade auch 4K Gaming. WQHD würde ich damit schon gar nicht mehr spielen. Und ja, wie gesagt, gerade das Top-Modell halt auf dem Markt. Den FPS dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1629 Euro bei Hardwarecamp24. Cooling CPU ist eine Wasserkühlung von Corsair, die H150i Elite Capellix XT. Grundsätzlich sage ich immer wieder, das ist immer so ein Design-Ding. Also die ist schon schweineteuer. Für das Geld bekommt ihr zwei 360er Wasserkühlung. Aber es steht halt Corsair drauf. Wir haben noch RGB-Beleuchtung mit dabei. Die kühlt den Prozessor auf jeden Fall gut runter. Hier ist ein 13700 Non-K drin. Da kommen wir aber gleich noch zu. Die passt da schon gut rein. Auch mit dem Gehäuse. Das ist ein Corsair-Gehäuse. Wer das so möchte, bitte sehr. Ich finde, dass es immer ein bisschen rausgeschmissen ist, Geld, wenn man so viel Geld für eine Wasserkühlung ausgibt. Man kann es natürlich noch übertreiben und kann eine Custom-AEO und so einbauen. Das sind so Enthusiasten-Sachen. Ich persönlich finde es einfach nur zu teuer. Ihre Funktion ist aber dadurch natürlich nicht eingeschränkt. Und die kostet 240,48€ beim Mindfactory. Der Arbeitsspeicher. Corsair Vengeance DDR5 4800MHz DIM-Faktor ist klar. 32GB. Zwei belegte Slots, also Dual Channel. Ich habe nachgefragt. 4800 ist schon eine Frechheit. Sag ich euch gleich auch noch warum. Hat was mit dem Prozessor zu tun. Es ist CL40-RAM. Das wurde mir auch so nochmal bestätigt. Auch da wurde mir gesagt, naja, wenn dir das nicht passt, kannst du es halt konfigurieren. Aber jemand, der einen Fertig-PC kauft, hat meistens nicht so viel Ahnung und kauft das Ding so, wie es vorkonfiguriert ist. Und 4800MTS ist einfach unter der Angabe von Intel. Das ist so ziemlich der langsamste RAM, den ihr nehmen könnt. Der funktioniert, klar. Aber es geht deutlich besser. Also ich verbaue immer 6000, 6400, teilweise 6800MTS. 4800 ist viel zu wenig. 32GB bei so einer Kiste, die so teuer ist, finde ich auch irgendwo zu wenig. Klar, es reicht in der heutigen Zeit zum Zocken und so. 6400 hätten da schon reingehört, meiner Meinung nach. Das Ding ist einfach, wir haben hier so eine Preisdifferenz, der hätte locker reinwandern können. Das möchte ich damit sagen. Ansonsten qualitativ nichts Schlechtes. Kann ich nicht meckern. Also ich habe noch nichts Schlechtes über den RAM gehört. Er ist halt einfach nur langsam. Und der kostet 99,62 Euro bei MineFactory. Ein optisches Laufwerk haben wir nicht. Das haben die wenigsten PCs heutzutage. Das ist okay. Das Netzteil ist ein Focus GX 1000 Watt von Seasonic natürlich. Seagate stimmt nicht. Das hat 10 Jahre Herstellergaranties. 80 plus Gold zertifiziert und Vollmodular. Grundsätzlich kein schlechtes Netzteil. 1000 Watt auch völlig ausreichend für dieses System. Das Problem ist einfach nur, wir bräuchten hier theoretisch ATX 3.0. Warum? Weil die ATX 3.0 Netzteile schon diesen neuen kleinen Stecker, diesen 600 Watt Stecker mitbringen für die aktuellen Grafikkarten. Hier ist eine 4090 drin, hätte sich dann halt gelohnt. Es muss hier wieder mit diesem Adapterkabel gearbeitet werden. Sieht immer ein bisschen blöd aus. Funktioniert aber. Ich erwarte bei diesem Preispunkt halt einfach top aktuelle Netzteile und auch andere Komponenten und auch schnelle Komponenten. Das haben wir hier leider nicht. Ansonsten funktionieren tut es natürlich. Ist aber wieder so ein Workaround irgendwie. Gefällt mir nicht. Und das kostet 171,28 Euro bei eJoker. Ich habe eben nachgeschaut, weil ich dachte, vielleicht gibt es das Netzteil als 3.0. Gibt es aber noch nicht. Notebooks billiger hatte dieses Netzteil aber für 150 Euro. Hatte ich eben einfach nur gesehen bei Google Shopping. Das heißt, selbst der Preis hier ist noch ein bisschen höher. Das bedeutet, das Endergebnis ist auch noch ein bisschen höher. Ist aber jetzt gehobst wie gesprungen bei 20 Euro. Software Windows 11 Pro. Ja gut, nichts Besonderes. Gerade mit dem aktuellen Prozessor, den 13.711 ist das schon in Ordnung, dass es mit dabei ist. Wegen dem Performance und Efficiency Kern. Kann man so machen. Und das kostet 52,75 Euro bei IT-Hardpods. CPU Intel Core i7-13700F 16 Kerne. Wie der Name schon sagt, 16 Kerne, also 8 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 24 Threads, 16 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne. Habe ich schon ganz oft erklärt. Efficiency Kerne, wenn ihr YouTube und Office Arbeiten macht zum Beispiel und die Performance Kerne, sobald ihr zockt. Hat eine TDP von offiziell 65 Watt, kann sich aber 219 Watt reinschrauben. Ja, die erreicht er auch. Ich habe einen 13.6er, selbst der macht die 200 Watt locker voll. Und er unterstützt offiziell DDR5 5600 oder DDR4 3200 MTS. Hier haben wir 4800 verbaut. Nein, nicht DDR4. Das wäre schön. Gibt es glaube ich auch gar nicht. Aber DDR5 5600 ist vorgegeben von Intel. Da sollte er auf jeden Fall drauflaufen. Und wir haben einfach 4800. Das ist viel zu wenig. Ansonsten ist das ein guter Prozessor. Ist leider nicht der K-Prozessor, dass man ihn noch übertakten könnte. Dafür aber ein F, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Das mit der Grafikeinheit ist jetzt für euch nicht so wichtig. Ihr habt eine 4090. Ich persönlich kaufe immer nur K-Prozessoren oder eben mit integrierter Grafikeinheit. Einfach nur deshalb, falls die Grafikkarte mal abraucht, kriegt ihr noch ein Bild. Aber ja, ansonsten mit dem könnt ihr streamen, zocken. Der ist auch kein Bottleneck für die 4090. Das passt schon so. Und der kostet 390,80 Euro bei BA Computer, bzw. 392 Euro bei Mindfactory. Das hier ist halt Österreich. Das ist Deutschland. 2 Euro Unterschied. Das Mainboard ist ein Asus Tough Gaming H770 Pro WiFi. Bevor wir damit einsteigen, H770 ist das ein Chipsatz, den habt ihr bestimmt nicht so oft gehört. B760 ist so das Einsteigerding. H770, wie man hier in der Liste sieht, so ein Mittelding. Und Z790 ist aktuell der Top-Chipsatz für die 13.000er-Generation von Intel. Also das ist weiß Gott kein Billig-Chipsatz. Das ist so ein Mittelding. Ich persönlich hätte mir Z790 gewünscht mit einem K-Prozessor, das man noch ein bisschen übertakten kann, wenn man das möchte, gerade bei diesem Preispunkt. Aber haben wir hier eh nicht. Dafür haben wir aber gekühlte Spannungswandler, vier Rahmenbänke, hier kann ein SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier unten noch zwei weitere SSDs unter diesem Kühler hier. Hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch drei Erweiterungsslots, von denen ihr sehr wahrscheinlich nur zwei benutzen könnt, weil der hier überdeckt wird von dem Kühler der Grafikkarte. Steckt da dann halt noch irgendwie eine Capture-Card oder so rein, dann passt das schon. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit TOS-Link, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, Netzwerkanschluss zweimal USB 3.1, viermal USB 3.0, dann haben wir hier noch USB-Typ C am Start und Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil es ein F-Prozessor ist. Ausstattungsmäßig jetzt nicht das beste Board, gerade wieder bei dem Preispunkt. Das ist es halt einfach. Wenn der jetzt günstiger wäre der PC, hätte ich gesagt, ja, ja, geht schon. Ist aber nicht. Für den Preis hat mir das Board einfach zu wenig IO-Anschlüsse. Ich meine, um da jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ihr habt sechsmal USB und USB-Typ C. Ja, also ihr habt Tastatur, ihr habt Maus, ihr habt vielleicht ein Mauspad, das leuchtet, ja. Dann habt ihr vielleicht noch ein Stream Deck, ein Mikrofon, so wie das hier, was auch über USB geht, eine Webcam oder so, dann sind die USB-Anschlüsse weg. Ist halt einfach so. Und die Kiste ist halt eben so teuer und man will vielleicht damit streamen, weil man sich denkt, soll jetzt einmal investieren, ich will mit Streamen anfangen und dann hat man nicht genug USB-Anschlüsse. Finde ich ein bisschen schade. Das Board an sich ist nicht schlecht, passt einfach nicht in diese Preiskategorie rein. Und das kostet 216,05 Euro bei Galaxus. System Drive ist eine Samsung 980 Basic 1TB. Das wäre dann diese hier, Samsung SSD 980 1TB, hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das ist eine stinknormale PCI Express 3.0 SSD mit einem Terabyte. Das Teil kostet 4830 Euro, also fast 5000 Euro. Und die schmeißen euch eine Mittelklasse 1TB SSD da rein. Ich meine, 3005 MB reicht für euch zum Zocken, das ist klar. Also jetzt von der Geschwindigkeit. Aber ich erwarte bei diesem Preis eine KC3000 oder eine Fury Renegade oder so und dann mindestens 2TB. Wenn nicht sogar 4. Wenn wir jetzt nach dem Standard gehen, pro 1000 Euro 1TB Speicher. Also das verstehe ich nicht. Man kann zwar umkonfigurieren, ja, aber der Preispunkt ist halt einfach fast 5000 Euro und wir kriegen 1TB. Ich rege mich teilweise über 2000 Euro Systeme auf, die dann nur 1TB haben. Da bekommt dieser Name Rage eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich das Ding kaufen würde, ich habe keine Ahnung, erfahre das hinterher durch so ein Video, wie ich es jetzt mache, dann würde ich auch ragen. Also Leute, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, mindestens eine Fury Renegade 2TB da rein, aber das hier, nee. Und die kostet 44,99 Euro bei Amazon. Ist ganz schön billig geworden, ne? Ich erinnere mich, vor einem Jahr hat man noch mindestens 70 Euro für das Teil bezahlt. Naja. Case und Construction. Marke Corsair Obsidian 500D. Das bringt schon einen Lüfter vorne mit 120 mm und einen Lüfter hinten 120 mm und ansonsten halt nichts. Natürlich wird da noch die Wasserkühlung eingebaut. Die wird allerdings vorne eingebaut, weil sie oben nicht reinpasst. Ich schätze mal, dass die den Lüfter einfach nach oben hinschrauben. Auf dem Bild hat man eben gesehen, die werden beleuchtet, sind sie aber nicht, sind stinknormale schwarze Lüfter. Außer die natürlich der Wasserkühlung, die leuchten, aber sind denn in der Front, habt ihr jetzt nicht so viel von. Ansonsten sieht das Case einigermaßen vernünftig aus. Ich weiß nicht, also ja, das ist halt so ein 0815 Case, ne? Hat gummierte Kabeldurchführung und so, da stehe ich ja immer drauf. Aber ansonsten ist hier nicht viel los. Was mich aber interessieren würde, wenn jemand von euch dieses Teil zu Hause hat, ne? Habt ihr auch eine Wasserkühlung vorne drin? Weil hier sind so Schlitzer an der Seite, das hat keine Meshfront. Finde ich Airflow-mäßig ein bisschen suboptimal. Wer das Teil zu Hause hat und vielleicht sogar mal so einen Temperaturtest machen kann, gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das hundertprozentig durch. Ich lese eigentlich jeden Kommentar und mich würde das echt interessieren, weil Airflow-technisch, wie gesagt, sieht das Case jetzt nicht so geil aus. Und das kostet 187,24 Euro bei BA Computer wieder in Österreich oder 2 Euro mehr bei Baraks in Deutschland. Jetzt haben wir hier noch eine ganz interessante Sache. Warranty. Garantiedauer Jahre 3. Das ist schon mal okay. Garantietyp Bring-in. Auch hier wurde mir gesagt, das kann man ändern in Pick-up und Return und so. Ja, ja, schon klar. Bring-in bedeutet für euch, wenn mit der Kiste was ist, müsst ihr selber dafür sorgen, dass das Teil bei denen ankommt. Ihr müsst selber ein Rücksende-Label drucken. Das kostet, je nachdem wie teuer das System ist, beziehungsweise wie die Versicherung drauf ist, wie schwer es ist und so, locker mal 20 Euro. Ich weiß es, weil ich öfters mal Pakete rausschicken, vor allen Dingen eure Giveaways, die dann vielleicht mehr als 10 Kilo wiegen. Also dann müsst ihr schon so ein Label nehmen mit 31,5 Kilo. Das kostet 19 Euro irgendwas bei DHL. Ich glaube, die Jungs sitzen auch in der Schweiz. Warte mal. Ne, doch, tatsächlich in Deutschland. Also die haben zumindest einen deutschen Kontakt. Wird teuer. Bei Dubaro und auch bei Krotus und Agando kriegt ihr ein Rücksende-Label. Das klebt ihr drauf, schickt es weg. Thema erledigt. Hier müsst ihr euch selber darum kümmern. Es sei denn, ihr bucht eben Pick-up und Return so mit dabei. Dann wird es noch teurer. Also ich finde, wenn man so ein System anbietet, was so teuer ist mit dem Aufpreis, den wir gleich sehen, sollte mindestens ein Rücksende-Label drin sein, wenn nicht sogar wirklich Pick-up und Return, dass die Post bei euch vorbeikommt und das Ding mitnimmt. Aber kommen wir zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.032,21 Euro. Das System soll kosten. 4.830 Euro. Ja. Falls es mir jemand nicht glaubt, wir gucken nochmal jetzt die Einzelpreise. Nicht, dass ihr denkt, ich habe eine Grafikkarte weggelassen. 44 Euro, 390, 990, 1629. Das ist die Grafikkarte. Die ist auch grün, ist auch drin mit 1 und so. Hier haben wir 216 Euro, 187, 240, 171, 52. Dann kommt ihr auf den Endpreis. Da ist nichts auf 0 gedrückt oder so, falls ihr das irgendwie denkt. Nein, der Aufpreis ist real. Über 1.800 Euro Aufpreis. Ey Leute, nicht nur, dass die Konfiguration ein bisschen meh ist mit 4.800 MTS-RAM und nur einem Terabyte SSD und einem Non-Car-Prozessor und einem Board, mit dem man nicht übertakten kann und solche Geschichten. Nein, der Preis ist auch noch mies. Und wir hatten Joule Performance jetzt schon öfter. Also ich habe glaube ich zwei Videos vorher damit gemacht und die waren alle zu teuer. Durch die Bank weg. Ich finde das echt schade und ich verstehe nicht warum. Wieso muss man denn 1.800 Euro Aufpreis für sowas nehmen und hat dann nichtmals mehr Pick-up und Return und solche Sachen. Ich habe eben spaßeshalber das Ding mal nachgestellt, ne, bei verschiedenen Systemintegratoren. Da waren auch so einige Granaten bei, aber ist egal. Also ich bin da nie über 4.000 Euro gekommen. Nie. Meistens pimmelte das so bei 3.200 rum oder so oder 3.300. Aber 4.800 ist einfach nur heftig. Ich weiß, ich reg mich gerade übelst lange auf über diesen Preis, aber das ist ein Preisaufschlag. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also könnt ihr schon. Ihr seht es ja gerade. Ich verarsche euch auch nicht. Das ist echt schlimm. Und danke, dass mir das vorgeschlagen worden ist im Discord. Wie gesagt, das war hier eine Zuschauereinsendung von Ette hier, von meghart.de. Der hat das ja hier reingepostet. Also wenn ihr solche Systeme vielleicht irgendwo findet und ich soll die Leute darüber warnen, bitte hier rein posten in diesen Channel. Einfach Link reinklatschen. Ich gucke mir die alle an. Also wirklich, lasst die Finger zumindest von diesem System. Ich habe mir, wie gesagt, vorher auch andere Systeme von denen angeguckt. Die waren auch alle durch die Bank weg zu teuer. Also ich würde diesen Laden meiden, wenn es nach mir geht. Ihr könnt euer Geld lassen, wo ihr wollt, aber ich würde dann niemals einen PC kaufen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.